Wir finden es mal kurz heraus. Es ist Nacht. Okay, es ist Nacht. So. Wir könnten uns ja... Ne, jetzt habe ich das Feuerzeug unten hingelegt. Hint gelischt. Wir könnten uns aber die Spitzhacke eigentlich reparieren. Wir haben ja... Eigentlich alles, was wir brauchen, ne? Vielleicht sollte ich mir mal einen neuen Ambus machen, der dann da oben ist. Hier ist auch schon wieder schön viel gewachsen, aber nicht alles, ne? Das ist ein bisschen... Was ist denn hier los hier? Diese Lücken, was soll denn das? Diese Lücken im System, ne? Das ist immer gefährlich. Ich sage es euch. Oh, hui. So. Alter. Also verhungern müssen wir nicht. Aber ich sehe da gerade was. Da fehlt was. Wir sind ja begeisterter Bauer. Können wir so nachhelfen, dass das vielleicht besser wächst? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Das sollte, soviel ich weiß, keine Rolle spielen. Wir machen es jetzt einfach trotzdem mal. Warum? Weil wir es können. Das nennt ich mal gechillte Musik. So. Das kommt wieder rein. Hier haben wir ja noch Schneebälle drin und Holz. Das nehmen wir mal mit hier. Das geht ja gar nicht. Was macht denn das alles hier? Kürbiskerne ist okay. So. Wir gehen mal ins Lager. In das Lager, Lager, Lager. Na, ihr süßen Pferdchen. Ich hätte noch eine Rüstung. Wo habe ich die denn jetzt hin abgelegt? Ah, ich glaube, die ist noch im Nefer, ne? Aber die brauchen ja jetzt auch keine Rüstung da drin, ne? Die sind ja da sicher. So. Schienen haben wir auch. Wir könnten vielleicht irgendwann mal so ein kleines Bahnsystem machen. Da haben wir ja auch noch Rüstungen. Wusste ich ja gar nicht. Das wusste ich ja gar nicht. Da haben wir auch noch ne Schiene. Ne einzelne, ganz einsame Schiene. Ich muss mich eh mal wieder ein bisschen informieren, was wir denn so bauen könnten. Wir hätten ja... Ich meine, Ressourcen haben wir ja schon einige rumliegen. So, was haben wir denn da für ein Holz? Eichenholz. Birke, Schwarz, Dingens, Eimer. Okay. Eichenholz. Hier. Aber das sind Bretter. Was haben wir da? Ich kann's nicht sehen. Wahrscheinlich nix, ne? Ach komm, dann machen wir doch Bretter daraus. In der Regel brauchen wir ja eh Bretter. In der Regel brauchen wir eh Bretter. Wer braucht schon in der Regel Bretter? Dann braucht man eher Tampon. Äh, Entschuldigung. So. Lalalalalala. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da haben wir. Ich nehm jetzt mal ganz riskant alle mit. Und wehe, uns kommt ein Dieb in die Quere. Na, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin immer bereit. Peng, tot. So, wir rennen mal. Geht ein bisschen schneller. Di, 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 di. So. Lalalalalalalalalalalalalalalala. So, hier sind wir. Da wollen wir hin. So, jetzt das Ding rein. Und hier hin. Und bam. So, hätten wir die repariert. Weißt du was? Wir nehmen hier mal noch ein bisschen Zeug mit. Da haben wir noch Eisen und Gold. Obwohl, nee, das lass ich hier. Weil wenn wir hier reparieren wollen und wir haben gerade nichts dabei, was wir brauchen, dann haben wir hier wenigstens schon so ein bisschen Eisen und sowas. Oh, dafür habe ich noch gar keine Kiste drüben, ne? Steindruckplatte, okay. So, wir gehen mal die Diamanten wieder schön wegräumen. Gleich muss ich auch was essen. Aber ich esse nicht meine Eier. Da, hier, ne? Die esse ich nicht. Ich würde ja auch gerne mal eine Hühnerfarm machen, aber ich habe keine Ahnung, wie man die macht. Ich weiß nicht, wie man die macht anwendet. Ich würde sie gerne anwenden, aber ich habe keine Ahnung. Kann mir da jemand helfen? Irgendjemand? Ich brauche Macht. Ich brauche Macht. So, wir haben hier ganz viele Stufen, die wir hier reinschmeißen können. Wir haben auch noch Eichenholzstufen. Aua. Eichenholzbretter. Ach komm, ich haue die mal hier oben rein. Da haben wir nämlich noch keine. Und jetzt esse ich mal was hier. Gnam, 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 gnam. Hier habe ich noch Neferquartz. Das, glaube ich, haue ich auch noch schnell in die Truhe in Nefer, einfach damit da alles zusammen ist. Ansonsten müssen wir das dann suchen. So. Und rein hier. Rein hier. So. So. Hier sind wir drin. Drin, 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 drin. Und hier bauen wir das rein. So. Und das Feuerzeug nehme ich mal mit. Und denn ich würde gerne... Wir haben ja jetzt hier, ne, diese... Dieser Neferstein, ne. Dieser Neferstein. Den hätte ich gerne... Mindestens eines je auf dem Dach. Weil ich würde gerne wie so ein Kaminschacht haben, ne. So. Beziehungsweise einfach, dass es aussieht, als würde... Als würde da ein Kamin brennen. Das hätte ich gerne. Die, 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 die. Vielleicht machen wir uns ja irgendwann sogar ein Kamin. Ups. Das war blöd. Und es wird Nacht, ne. Es wird schon wieder Nacht. Ich könnte kotzen. Und es wird auch ein Kamin brennen. So. Vielleicht hier. Na, super. Na, super. Obwohl... Wenn ich hier wirklich ein Kamin machen möchte, wäre das hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich brauche Stein. So. Dann hätte ich dann aber gerne, glaube ich, so einen richtig fetten Kamin. Quasi schon fast ein Industrie-Kamin. Ne, natürlich nicht. Aber... Ich hätte dann schon gerne so was hier. Jetzt macht er wieder das schöne Dach kaputt. Ja, macht er. Aber ich glaube, ich muss nachher kurz runter. Wahrscheinlich wird das nachher scheiße aussehen. Ich vermute es sehr stark. Und ich glaube, es ist übertrieben. Aber ich gehe mal lieber kurz runter. Schlafen. Hui! Ich hätte zwar jetzt auch durchs Dach durch können. Dann hätte ich schneller schlafen können. Hätte zwar ein bisschen Schmerzen gehabt. Aber egal. So. Es wird also mal wieder ein bisschen am Haus gewerkelt. Ne? Ihr seht das. Ich bin ja gespannt. Komme ich hier eigentlich auch raus? Ne, da ist alles... Ne? Wir müssen übers Baumhaus. Geht schneller. Na, komm. Die Treppe hier gefällt mir übrigens auch immer noch nicht. Aber das ist Minecraft, ne? Hier kann man immer wieder ein bisschen umbauen, umbasteln, umwerkeln. Ist doch ganz schön. So. Da sind wir wieder. Warum nimmst du das Ding nicht auf? Die Treppe. Nimm die Treppe. So. Dann würde ich sagen, vielleicht hätte ich sogar noch mehr Stein holen sollen. Achtung. Ja. Achtung. Hui. Der Weihnachtsmann kommt. Ist ja schon bald soweit. Ist wirklich bald soweit. Ihr müsst mich jetzt gar nicht so angucken. Es geht nicht mehr lange. Bis der Weihnachtsmann durchs Dach fällt. Ne, nicht durchs Dach fällt. Ja, Mist. Ich muss drüben Stein holen. Haben wir überhaupt noch so viel Stein? Ich weiß es gar nicht. So viel brauchen wir ja nicht. Aber... Es ist trotzdem einiges. Ich weiß noch, es ist noch gar nicht so lange her, wo ich sagte, ja, dieser Teil ist jetzt so gut wie fertig im Moment. Wir gehen mal rüber auf die andere Seite, bauen dort ein bisschen weiter, ne? Und jetzt sind wir hier und haben keinen Stein. Willst du mich verarschen? Wir haben keinen Stein mehr. Haben wir hier Stein? Sehe ich so auf den ersten Blick kein. Alter, wir haben keinen Stein mehr. Wir haben keinen Stein mehr. Echt jetzt? Ah, wir haben, glaube ich, alles auf die andere Seite genommen, ne? Das ist ärgerlich, Freunde. Freunde, wir brauchen Stein. Hier ist ja unser kleines Geheimversteck. Hier könnten wir wirklich auch mal irgendwas bauen, ne? Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas könnte man hier schon werkeln. Ich habe jetzt einfach gerade spontan beschlossen, mir hier Stein zu besorgen. Da wir ja anscheinend keinen mehr haben. Warum auch immer. Irgendwo haben wir ganz viel Stein verbraucht. Ich denke, wir haben sehr viel Stein auch noch rübergenommen ins neue Quartier. So, das muss ja wohl reichen. Wir gehen ganz langsam. Na super. Kannst du nicht schwimmen und essen gleichzeitig, du Sackgesicht. Hey, ich bin nicht Sackboy. Kennt jemand, Sackboy? So. Hier könnten wir ja vielleicht auch mal ne kleine Brücke rüber bauen. Ja, ich weiß. Als ich das das letzte Mal gesagt habe, entstand die große Brücke da hinten. Aber auf die bin ich immer noch stolz. Die habe ich komplett alleine mit meiner eigenen Hand erschaffen. Und gestaltet. Ich habe mir kein Beispiel angeguckt. Die ist so entstanden, wie ich sie im Kopf hatte. Ich hatte gerade den Gedanken, dass da vielleicht noch was drin ist. War aber leider nicht so. So. Unser Kaminchen. Und hopp. So würde ja eigentlich schon reichen, ne? Könnte ja das noch so ein bisschen. Ne, so wollte ich das nicht. Obwohl. Wenn ich das so angucke. Sieht das eigentlich gar nicht mal so übel aus. So. So. Hier können wir ja die Treppe weg machen. Und so ein Ding hin. Dasselbe natürlich auch hier. Ja, super. Ich habe schon eine Treppe weggehauen. Aber nicht die, die ich wollte. So. Aber dann müsste ich das ja hier auch machen, ne? Super. Bachelis, du bist einfach ein Profi. Das bist der Junge. Obwohl auf dieser Seite sieht der Ofen doof aus, ne? Jetzt müsste ich irgendwie vielleicht hier auch noch so. Hm. Wenn ich das so angucke, sieht das eigentlich ganz scheiße aus. Ich lasse das. Weil so im Ganzen betrachtet, ist es irgendwie dann doch nicht so schön. Ich überlege gerade sogar, ob das so wichtig ist. Das sieht irgendwie komisch aus. Wie wäre es, wenn ich das so mache? Auf dieser Seite ist es dann so. Hier mache ich vielleicht... ...treppen hin. Ja, komm. So. Hier vielleicht auch. Aber dann müsste ich... ...ne, ich glaube, ich lasse das so. Nur vielleicht... So, was? Ne, sieht scheiße aus. Sieht scheiße aus, aber... ...ich weiß gerade nicht, wie ich das sonst machen könnte. Hm. Keine Ahnung, ich lasse es mal so. Ist jetzt nicht wirklich schön. Ja. Schü Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017